Also zuerst versichtigen wir das Paprikahaus und diese Hauptstraße würde uns eigentlich nach Budapest führen und wir sind ungefähr 120 Kilometer südlich von Budapest entfernt. Wenn aus den Paprikakörnern sehr viele kleine Pflanzen rauskommen, dann werden die einzeln rausgezuckt und dann weiter wiedergepflanzt. Können Sie das sehen? Das ist ein ganz schönes neues, hier links auch mit den kleinen Fenstern. Hier kommen noch weitere und hier auf der rechten Seite können Sie auch einen sehen, hier an den Eichen. Also wir sind nicht mehr so weit von der Busteranlage, wohin wir hinfahren. Diese Schule ist auch eine Großgemeinde, wir können sagen da wohnen etwa auch 4.000 Menschen. Was bedeutet das? Herzlich willkommen! Ja einfach! Das bedeutet das, ja? Das ist ungefähr 350 Kilometer östlich von uns entfernt. Seit den 90er Jahren und der Schutz und Buga-Buster. Das ist auch im Komitar Batschkischkorn. Und der Ochsengespann gerade vor uns, die graue Rinde. Und das kann sehr, sehr lecker sein. Natürlich, diese Fleischsorte braucht mehrere Stunden zum Kochen. Also zwei, drei Stunden und so kriegen wir ein tolles Tor. Wir begrüßen den Reiter mit einem großen Applaus, meine Damen und Herren. Blaue Hose, blächer blaues Hemd, schwarze Weste, schwarze Stiefel und auch mal ein schwarzes Tiefel. Also die Pferde brauchen mehrere Monate zu üben, so konnten die Reitier die Pferde im hohen Gras verstellen. Nach zwei Jahren sind die Pferde gut trainiert und sie müssen nicht ausschließlich die Aufgabe richtig machen zu können, sondern sie müssen auch dieses lautes Knall von der Feitsche erkragen zu können. Die Reiter haben ein spezielles... Natürlich, der Esel ist sehr fleißig erarbeitet während der Pause auch gerne. Ja. So, so... Da! Ja! Also er gibt es nicht auf. Noch eine Runde, noch eine Runde. Und jetzt. Sie kriegen also ein alkoholfreies Getränk, weil bei uns ist 0,0 Toleranz. Die Schwiegermütte auch machen. Wie gesagt, wurde dieses laute Schnall doch im Luft. Also das tut gar nicht weh. Ja! Es ist viel gespannt. Es ist schon viel eleganzer. Die Kugelhäuser hinten hat. Diese beiden sind ganz schön begleit. Sie haben die gleiche Farbe, die gleiche Größe und meistens das gleiche Alter. Die Ärgerin kommt dann wieder in der Leipz. Sie haben die Erdbeeren. Die kleiner Kürzer, der ich die Bauer in der Leipz. Das ist alles. Ja! Ja, ja, ja. Ich habe dann fünfmal einmal das Tief gespannt, einmal das Dreieck gespannt. Wir haben das Zwei in der Sitzel. Wir haben das Zwei in der Sitzel. Aber die Zwei in der Sitzel. Schatz, wir haben so viele Kerzen, wir finden sie selber vorbeauft. Schatz, wir haben so viele Geräte, die wir hier machen. Er versucht vor der ganze Zeit viel dramatisch beizubringen, aber ich stelle meine Ohren dann vor. Untertitelung des ZDF, 2021 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.